Die Generalsekretärin der SPD, Yasmin Fahimi, war am Donnerstag zu Gast beim Produzenten für Flugzeugteile Premium Aerotech. Dort informierte sie sich im Rahmen ihrer Sommertour über die Ausbildung und Innovation am Hochtechnologiestandort Fahrel. Bei einem Rundgang durch die Produktionshallen ließ sie sich dabei Arbeitsläufe sowie Materialien und Endprodukte erläutern. Hier wird absolute Spitzenarbeit geleistet, lautete das Resümee von Yasmin Fahimi. Das geht, weil Gewerkschaft, Politik und Arbeitgeber Hand in Hand arbeiten.